2 ein herzlich willkommen zu irgendeinem Park auf 1 jetzt nicht um ich bin hier mit ich sage dir ins Auge es war ein okay kein Krieg kein Krieg wir müssen vorbereitet sein und äh ich bin hier auf eine Welt es meinten auch Minecraft Realms jetzt die er für zehn Euro im Monat ja auf alle Fälle in dieser Serie werden wir den Enderbrachen besiegen und das was wir vor darf machen ist Kürbensuchung als erstes bevor wir holz holen ja bei der hängt bei dir hängt es schon ein bisschen legt was ich so entweder ein internet oder sowas hier auf welche wir werden uns dann irgendwo auch mal halt eine basis bauen werden halt irgendwie versuchen im selben Haus zu wohnen weil wir müssen im Team arbeiten wir werden auch im selben Bett schlafen aber hier ja okay jetzt habe ich mir noch Holz mein Holz ja ne ich crafte schon mal und ich benutze als bestreckt für bietkraft und mit einem 3d add-on also seht ihr auch an den kürbissen bis hier da sieht man mein gesicht durch die da auch ein hellmann Köln dann mach ich mir mal den Stock und älter nimmt auch gerade auf denn ist gerade zweitdeutig was erregt noch ja eigentlich macht das nicht ja okay weil sehen ja ich habe hier meine tagen kleinen schneemann warte nein das sieht jetzt komisch aus ihr jetzt ist das super marios nehmann oder holzmann man kraften tippen er hat auch was er ist irgendwie sehe ich da muss ihn bieten da auch so nicht in den haupt die schon und bei dir das ist aus wie du siehst aus als würde zu hättest du und heißt du kann nur das gerade am linken auge verbluten ja so wir müssen auch aufpassen weil nacht und ich benutze keine command ich mache nicht game oder sowas ich werde ich jetzt wird machen überhaupt ich bin gar nicht in game oder in den anderen welten mache ich schon aber hier nicht wo bist du hin und nicht es gibt nur einen einzigen kommande ich benutzen darf tp kubber ich habe keine ahnung was es ist habe ich finde jetzt an das tp teleporter kubins also können mich so dichter portieren oder durch zu mich hallo also gehen wir mal aus diesen zauberwald raus war hier ist bei uns sehr viele hexen hat kurz ich mache mir kette vorne base hier vorne auf den baum zu bauen ne ich will nicht im zauberwald diesen gruselig die zauberwälder bauen wir uns ein hüllenhaus haute einfach ein großes erd aus kein aus erde von ok dein zauber kann aus erde bestehen wenn du willst ja also sprung und sie wir haben eine sehr wertvolle sache vergessen wir brauchen lassen aber ich habe dachte du meinst mir berg bank ich darf ja jetzt habe ich wieder ein bisschen essen ich komme wo auch immer du bist total die erschaft ist es dies ob du jetzt warte kurz auf mich weil wir tun hier ist auch sachen töten und jetzt habe ich schon genug rolle für ein bett ich versuche dir auch noch weil für dein wolle für dein bett zu suchen ein bisschen essen dass ich sprinten kann ich hatte luft geschlagen ja wie keine angst hält mich okay ich schaue mal wenn jetzt auf den hügel über dir angelegt endlich und jetzt soll ich hier einfach mal rum aber sollten bald und schlafen gehen weil bald wird nacht versucht ihr auch dann mal ein paar fach zu töten mit mir ist egal ist was wir müssen nicht klar ob es nacht wird weil wir das nicht sterben ist sie mir egal ist sie mir egal ist sie mir egal ist sie mir egal ja ok eine Ja, ja, ja. Ja, ja. okay will happen up to it up to 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 it her jetzt habe ich noch nicht ich hab gestein und du nicht ich hab gestein und du nicht ihr arbeitenden team oder machen wir dass das hier in ihren Prozent Höhle für die Nacht ist da wo wir gerade bauen ja okay dann sage ich dann zeige ich ja okay dann habe ich hier noch etwas gutes gebaut für unsere kleine Höhle Hahahaha ich sehe nicht mal die Tür okay ich würde noch eine lanke auf den top rollen und den lassen die draußen schnell ich will kurz sein kraft interbereit zu meiner video klar ich weiß nicht wie lange die partie drauf nicht nützt überhaupt auch ich habe das exakt so ganz verstecktes ding ja aber ich weiß wie du auf youtube eigentlich die videos zusammenfügen könntest das wäre für meine video planung das so gewesen dass das ist mit stefan aufzunehmen mit zweitspurige auch naja also es zählt nicht mein haupt wie du warum denn ich jetzt doch nicht so viel mehr also hier kann ich schnell ein bisschen sachen ok 456 2 kocht und mit meinen 3d 3d er sonst irgendwie voll cool aus das zahl ich habe ein bisschen noch immer echt bei euch kocht gerade ein bisschen holzkohle also nicht sein ist der fahrt hier einfach mal irgendwann aber ich hätte jetzt überhaupt nicht wie lange laufen wurde überhaupt auf naja wir werden eine ganze serie offen bis für ein ender drachen töten naja nicht alles am selben tag hey nicht 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 alles weg meine weil wir macht hier so eine art treppe hin ab hier das habe ich habe ich habe ich gemacht mach einfach schnell eine weitere aufnahme und ich kann dir kurz und er kann jetzt sofort zusammenfügen dort so zu sein ein herzlich willkommen zunächst war glücklich ist hast du dich getrunken danke für überhaupt anschauen dieses video angeschaut haben sollte und ich bin mit steff lp hat die einkrieg lps genannt jetzt gleich weil es der platz play war nicht mehr dabei mein kraft und ich habe mein kanal gemacht bevor ich mein kraft hatte ich habe eisen gebundene geht das teilen wir dann gut auf das machen wir das noch ich habe ich sage kohle stein warte ich mache ich mache ich mache es mir sonst ich habe die idee das ist jetzt und sehr klein also klar nicht klar sondern damit die ganze sachen wir haben ja das hätte es könnte eigentlich unser haus sein hier weil sie ist eisen ich habe okay ich habe eisen okay so ein zackstück jeder kriegt drei ok als erstes muss ich noch ein bisschen holz schmelzen ich meine holz kochen oder wie auch immer man das eigentlich sagt 234 und ich bin ein bisschen zu viel mein kraft weil ich weiß genau wie viel holz verarbeitet das holz man braucht um so wie lange verarbeitet das holz brennt und ja und wieder an kohle brennt so für wie viel items benutzen kann ist gleich der größte sucht also ich habe ich habe schon mal wir arbeiten zwar ein team aber dass jeder ein bisschen freiraum hat simon da das ist deine seite mit deiner natur dass hier ist meine seite halt nur ist freiraum ok hier wartet ich habe hier gerade meine kohle drin ich würde es zu sagen wo er mir gezeigt hat ist den neverbo ding ins klären net da gibt es außen und survival modus wie wir hier gerade machen wie bei dir hat wie heißt doch ja ich hab's mal aus was in dem verein und jetzt mal gesehen und es ist irgendwie von rastentrennung links hässlich abgebaut vernichtet die ganze welt ist zerstört kann sagt und rechts ist so mega haus so mega schön so ja das ist immer auch das auf solchen servern halt also ich baue mir hier kurz mal mein kleines zimmer da kommt nur mein bett rein versuchen wir die nähe wir machen es nicht symmetrisch das wird da wird mich zwar zerstören aber egal weil ich brauche halt die symmetrie jetzt kommt hier mein bett hin und hier kommt noch mal eine letzte tür hin ok ok warte kurz da ist mir jetzt immer noch ein bisschen dings gerade wenn das metal fertig ist sage ich dir ja das stimmt ist meist zuschauen er bei mir das leckt jetzt nicht nicht mehr so stark bei mir weil ich habe die vermutung da wir von 1 vorne etwas weiter gekommen sind jetzt gleich und kurz gehen nein also warte kurz oder dein eisen ist schon mal fertig hier ich jetzt ich lege da deine drei eisen in deine truhe ok jetzt ist auch mein eisen fertig und weißt du frage brauchst ich habe noch viel ja also ich bräuchte ein paar mal ja ich werfe dir von du du bist der meiner und ich habe für alles auf nehme info weiß event ja was und jetzt sollte mir oder also jedenfalls bräuchte ich mal welche solider die man auch benutzen kann also im hintergrund weil ja ich habe gestern bis grad 40 hochgeladen und dann fahrt 41 gab es probleme weil die musik urheber rechtlich geschützt ist und dann war überhaupt null ton also man hat mich nicht ihn mal wie gehört übrigens sehr gutes deutsch sprechen können zumal ist das also ich habe ein zombie zu unserem haus gelockt ich würde ich ja jetzt jetzt kann ich sagen wir hier essen warte ich mache kurz mein tonlaut musikgeräusche blöcke an wetter musik spieler gesamtgeräusche ok ok es ist jetzt etwas leise weil ich mein lautsprecher leise gemacht habe weil sonst manchmal wenn uns die verbindung von uns und dann ist auf einmal für mich das übelst laut solch mit herz spiel wenn ihr ganz leise redet ist es einfach richtig scheiße wir haben so mit unserer tür jetzt war mich einfach mal so wie ersten und so zeugs simon zwar mal ich bin ich bin zombie bestauschen vor mir hier ich bin weg die tagen weil irgendwie müssen wir essen wir uns wenn dann ich brauche jetzt im moment noch nicht zu essen das ist problemetisch so eine hebel so eine feule ich erst gerade jedes zombie hier noch dass ich halt so schnell wie möglich wieder hunger hochkriegt man kriegt zwar diesen hunger effekt aber da ist ja nur 30 sekunden und da kann ich multipliziert werden also ok für mich heißt es jetzt ich bedanke mich für zu schauen für diese erste etwas hungrige episode und bis zum nächsten mal adios amigos